Sturmtag, ganz merkwürdiger Himmel heute hier. Da haben wir schon mal einen fetten Streifen. Im Hintergrund alles weiß, im Vordergrund Wolken. Wo ist er denn nun? Eigentlich wollte ich den Mond. Der muss doch irgendwo sein. Der kommt da ganz klar durch, man glaubt es nicht. Da ist er. Durch diesen verschleimten Himmel kommt der Mond nochmal durch. Na gut. Und weg ist er wieder. Den Schleim können wir natürlich wieder nicht fokussieren. Na gut. Den Harren war mal der Dinge, die da heute kommen. Eigentlich soll er ja schon durch sein, der Sturm. Der Sturm. Der Sturm. Der Sturm. Der Sturm. Der Sturm. Der Sturm.